Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Worum geht es so in dem Film? Es geht in diesem Film um die Voyager-Sonde, die ja damals einen Datenträger dabei hatte, wo halt die Geschichte der Menschheit skizziert, auszugsweise, wie man das auch immer nennen möchte, halt drauf gebrannt wurde. Und diese Voyager-Sonde wurde natürlich ins All geschickt und wurde dieses Mal tatsächlich von intelligenten Außerirdischen gefunden. Ja, und auf dieser Scheibe sind halt verschiedene Epochen der Menschheit halt drauf und, ja, wurden halt ein bisschen parodiert. Und, ja, so ungefähr kann man die Handlung auch schon zusammenfassen. Also sind verschiedene Epochen, die wurden halt so ein bisschen aufs Korn genommen. Aber man muss sagen, die Crème de la Crème der deutschen Comedy-Szene hat sich hier auch tatsächlich, bis auf wenige Ausnahmen, die Klinke in die Hand gegeben. Allen voran natürlich Christoph Maria Herbst, a.k.a. Stromberg, Max Giermann natürlich, Matthias Matschke, Valerie Niehaus zum Beispiel, Alexander Schubert, Judith Richter, Jasmin, wie ist sie, Jasmin Schviers, Christian Strauch, Holger Stockhaus, Paul Sedemir, Eric Hafner, natürlich auch Rick Kavanian und Christian Tramitz waren natürlich auch dabei. Also von daher, also da haben sich wirklich die verschiedensten Leute die Klinke in der Hand gegeben. Ja, und ich muss sagen, der Film war halt, ja, deutsche Comedy, wie man sie halt kennt. Aber der Film war halt recht durchschnittlich gewesen, muss man sagen. Also gab natürlich viele, einige lustige Momente und für mich persönlich war eigentlich so das Highlight, diverse Comedians, die man jetzt nicht so oft oder länger schon nicht mehr gesehen hat, halt mal wieder zu sehen und zu gucken, ob sie es immer noch drauf haben. Und bei den meisten kann man ja sagen, ja, sie haben es halt drauf, aber ja, die Story gab halt einfach nicht so viel her. Das muss man sagen, die Story gab einfach nicht so viel her und wie gesagt, waren ein paar hübsche Momente, aber mehr kann man zu diesem Film jetzt auch tatsächlich nicht sagen, weil ja, man muss sie sich angucken und man muss sie mögen oder halt eben nicht. Mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. Und von daher, wie ich den Film bewerte, das sage ich euch nach meiner kleinen Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir dann auch wieder. Und dann kommen wir doch mal zur Bewertung. Wie gesagt, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht überragend, weil die Story halt auch einfach ziemlich, ja, platt war. Die Gags, ja, die waren okay, aber mehr aber auch nicht. Also es gab jetzt keinen Moment, wo ich jetzt wirklich Tränen gelacht habe. Es war einfach mal wieder schön, manche Leute zu sehen. Aber das war es dann aber auch schon. Somit gebe ich diesem Film zwischen drei und vier Totenköpfe. Der Film ist halt, ja, Durchschnitt. Er ist halt etwas, etwas mehr als Durchschnitt. Kann man sich halt mal angucken. Aber es ist jetzt kein Film, wo man jetzt sagt, der bleibt jetzt für die Ewigkeit. Deswegen also irgendwo zwischen drei und vier Totenköpfe bleibt der Film. Und das war es auch. Kommende Woche gibt es die Filmbewertung zu dem Elvis-Film. Und da bin ich mal gespannt. Da habe ich schon positiv die Trailer aufgenommen und habe mir gedacht, ja, also da haben sie sich Mühe gegeben. Und wenn der Film einigermaßen so gut wie die Trailer ist, dann hat der Film durchaus positiv die Chance, Film des Jahres zu werden. Muss ich ganz klar sagen. Also wenn das alles so weiterhin so stimmig ist, wie das in dem Trailer war, hat er tatsächlich die Chance, Film des Jahres zu werden. Ja, und das war es dann auch mit meiner Filmbewertung. Ob ihr euch den Film gibt oder nicht, das müsst ihr euch selber entscheiden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und bis demnächst.